Die Zeit vergeht und manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Vielen Dank für die schönen Lieder, für das Hineinnehmen in unser Thema heute. Welch Freude, welch Freude, dass du heute dabei bist, dass du eingeschalten hast, dich reingeklickt hast, dass du heute mit dabei bist, dass du auf Gottes Wort hören willst. Ich will beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, dass wir dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du unsere Ohren und dass du unser Herz öffnest, dass dein Wort uns treffen darf und dass es Freude auslöst in unserem Alltag. Amen. Drei, zwei, eins gehört mir. Meins. Yeah, Freude. Freude. Und Tage später, da rollt so ein gelbes Wäckchen zu euch nach Hause, mit einer roten Schrift, von hier sehe ich eins, ganz da hinten steht es, und bringt so ein Päckchen. Und dann gibt es nochmal Freude, wenn man es auspackt. Zumindest geht es mir. Ich freue mich immer wieder, Dinge zu bestellen und die Vorfreude ist eins der schönsten Freuden. In freudiger Erwartung, mir wird sogar angezeigt, wann der Wagen vorfährt und wann ich es dann auch tatsächlich bekomme. Freude. Und es ist so gut, wenn Freude sichtbar wird. Und ich kenne sogar manche Leute, bei denen wird es unter der Maske sichtbar, dass sie sich freuen. Richtig genial. Was ist echte Freude? Und wie bekomme ich Freude? Drei, zwei, eins. Ich hab's. Ohne große Anstrengung. Nun kann ich mich drüber freuen. Drei, zwei, eins. Ich hab's. Es gehört mir. Wenn das mit der Freude so einfach wäre, wie das online bestellen, das wäre schon echt was. Klick und die Freude ist da. Klick und ich stehe über den Herausforderungen. Klick und ich komm mit allem klar. Denn Freude ist nötig. Wenn der Alltag eine Herausforderung ist und das ist er bei vielen im Moment. Gerade jetzt oder auch dann, wenn Unglück uns trifft. Wenn ich mich einsam fühle. Und in der Vorbereitung ist mir ein Satz begegnet von Karl Valentin. Meine Frau und ich, wir haben uns schon über diesen Vers gefreut. Da ist was Wahres dran. Ich will es nicht in die Spitze treiben und Corona einsetzen. Aber ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Die letzten Wochen waren wir viel unterwegs mit dem Thema Barmherzigkeit. Wir haben viel gehört. Manches vielleicht schon gewusst. Manches hat sich vielleicht auch wiederholt. Aber barmherzigen, beherzigen wir es auch. Mir geht es immer wieder so in der Praxis, in meinem Alltag, dass ich so eine Erinnerung brauche. Und ich bekomme sie immer wieder von Leuten. Sei jetzt barmherzig. Sei barmherzig wie der Vater im Himmel. Und in den nächsten Wochen wird es bei uns um Freude gehen. Denn wir wollen mit Freude und Barmherzigkeit Christ sein Leben. Das wollen wir als Gemeinde. Gerade jetzt, wo es doch so leicht ist, einzustimmen und vielleicht auch zu schimpfen. Freude und dieses Thema fordert mich persönlich auch heraus. Genauso wie Barmherzigkeit. Noch dazu Freude, die echt ist. Heute feiern wir Palmsonntag. Und manche denken, wenn er Palmen hört, gleich an Urlaub. Und das löst bei ihm Freude aus. Oder an Palma de Mallorca, wo er am liebsten jetzt wäre. Aber darum geht es heute nicht. Es spielt in einem anderen Ort. Und es geht trotzdem um sichtbare Freude. Und zwar Freude in Jerusalem. Ich will uns die Verse aus Markus 11, Vers 1 bis 11 vorlesen. Wer eine Bibel hat, darf die gerne dazu aufschlagen. Der Einzug in Jerusalem. Als sie nicht mehr weit weg waren von Jerusalem, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet, der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr, warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus. Andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, der es inzwischen spät geworden war, mit den Zwölf nach Britannien zurück. Freude, die echt ist. Wie zeichnet sich echte Freude aus? Freude, die echt ist. Damals war Freude spürbar. So stelle ich mir diese Szene vor, den Einzug von Jesus in Jerusalem. Und so beschreibt Markus auch diesen Einzug des König Jesus mit allen Details. Jesus, seine Jünger und wohl noch viele andere Pilger, sie waren auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Vielleicht schon 20 Kilometer miteinander unterwegs zu diesem Ziel, das Passafest zu feiern. Das Fest der Befreiung des Volkes Israels aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und bei dem Fest war zu dieser Zeit immer auch die Hoffnung bei den Menschen drin. Dass die Besatzer, die Römer, dass die Unterdrücker weggehen. Dass auch da Befreiung kommt. Diese Hoffnung schwingte immer mit bei dem Fest. Dass Gott genauso auch jetzt hilft, wie er damals in Ägypten geholfen hat. Auf dem Weg nach Jerusalem unterhielt man sich, gemeinsam auf dem Weg. Psalmen wurden gesungen und man stimmte sich auf das Fest ein. In freudiger Erwartung. Tage des Feierns lagen vor einem. In der Regel waren die Pilger zu Fuß unterwegs. Und dann passierte genau das, dass Jesus gesagt hat, jetzt kommt was anderes. Jetzt ist es soweit. Im Markus-Evangelium, das ist das Besondere, wird das sogenannte Messias-Geheimnis immer wieder sichtbar. Nämlich, dass Jesus vollmächtig handelt. Und anstelle sich groß feiern zu lassen, zieht er sich zurück und sagt, erzählt niemand davon. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Oft zieht Jesus sich zurück, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Um das zu pflegen. Um die Verbindung, die Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. In der Einsamkeit. Doch jetzt, genau an diesem Zeitpunkt, da kommt dieser Auftrag, dass es nicht mehr weiter geht zu Fuß. Jesus gibt seinen Jüngern die Anweisung. Mit jedem Detail. Geht und holt mir diesen Esel, wo noch nie jemand drauf geritten hat. Davor schreibt Markus von der Heilung eines Blinden. Und dann zeigt sich Jesus für jeden sichtbar. als Messias. Und plötzlich besteht keine Spannung mehr zwischen der umfassenden Absicht Jesu, seinen Jüngern und der politisch-messianischen Erwartung der Menge. Zum ersten und einzigen Mal im Maikus-Evangelium ist das der Fall. Jesus lässt die Menge unter anderem gewähren, weil die Absichten Gottes, nämlich sein stellvertretender Tod am Kreuz, nicht mehr gefährdet wird. Und so kommt es zu diesem freudigen Einzug. Zwei Gegenstände sind mir wichtig oder sichtbar geworden. Das erste sind die Zweige, vielleicht auch Palmzweige, deswegen auch Palmsonntag. Sie symbolisieren Freude und Errettung. Jesus reitet als Messias und als König nach Jerusalem. Die Menge, sie freut sich, die waren begeistert. Und hier kommt das Warten auf den Messias mit der Selbstoffenbarung Jesu, indem er auf einem Esel als König in Jerusalem einreitet, zusammen. Lobpreis erschallt. Jesus, der mit Vollmacht lehrte, der Kranke heilte, der Tote auferweckte, er musste der Messias sein und er kommt geritten auf einem Esel. In Sahaja 9, Vers 9 steht das, was wir vorhin auch schon gesungen haben in dem Weihnachtslied. Tochter Zion. Da heißt es, jubel laue Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Genau das ist passiert. Und die Menschen, sie haben gejubelt, egal wie ihre Situation war, egal wo sie rauskamen. Jetzt war Freude da. Der Messias kommt und sie bereiteten ihre Kleider aus. Sie legten die Kleidung aus und es war ein Zeichen dafür, dass ein König kommt. So wurde ein König willkommen geheißen. Dieser Einzug nach Jerusalem, der vielleicht spontan auch entstanden ist, er zeigte den Messias, der, der auf dem Thron David sitzt. Die Leute, sie riefen, Hosanna, gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt. Gott segne das nun kommende Reich unseres Vater David. Hosanna, gepriesen seist du in der Höhe. Hey, da war Freude, das war spürbar, das hat geprickelt in der ganzen Stadt. Nichts mehr konnte diesen stellvertretenden Tod Jesu verhindern. Und deswegen lässt Jesus seinen Jüngern gewähren, der Menge. Und doch kannte Jesus ihre enge und auch einseitige Perspektive, ihre Vorstellungen, ihre Wünsche und ihre Hoffnungen. Aber da war Freude, die sichtbar war. Ganz klar. Das war keine aufgesetzte Freude, wie es vielleicht bei mir manchmal ist. Ich muss mich jetzt freuen. Dabei sieht meine Situation so aus. Aber man freut sich doch als Christ. Und wir wollen doch mit Freude und Barmherzigkeit Christ sein leben. Worüber kann ich mich freuen im Moment? Wie ist deine Situation? Welche Erwartungen hatten die Jünger? Und ein paar Verse davor, in Markus 10, Vers 37, heißt es von 2. Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Die Erwartung, eine große Rolle auch zu spielen bei dem ganzen Geschehen. Jesus hatte folgende Erwartungen und antwortet so. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, denn ich trinken werde? Immer wieder weist Jesus auf den Weg hin, den er geht, den er gehen muss. Er weiß genau, was ihn erwartet. Welche Erwartungen hatten die Menschenmenge? Warum jubelten sie Jesus zu? Hier war Freude, ganz klar. Und doch waren da eigene Wünsche da, so denke ich. Erwartungen und Vorstellungen. Bei der Menge war es wahrscheinlich, dass die Römer aus dem Land vertrieben werden, dass Errettung von der Unterdrückung und von der Besatzung möglich war. So stellten sie sich den Messias vor. Und so waren es vermutlich die gleichen Leute, die wenig später riefen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Vielleicht, weil ihre Erwartungen, Vorstellungen nicht erfüllt wurden. Vielleicht waren es andere Gründe. Als ich in dem Bibellexikon nachgeschaut habe zum Thema Freude, habe ich entdeckt, dass es Freude in dreifacher Weise gibt und man das unterscheiden kann. Die Erdenfreude, die Christusfreude und die Himmelsfreude. Ich schneide es ganz kurz an. Die Erdenfreude. Freude, die es auf der Erde gibt. Freude über die Dinge, die Gott gemacht hat. Gottes Güte und seine Herrlichkeit. So sehr herzerfüllt wird mit Speise und mit Freude. Wenn ich zum Beispiel an ein gutes Rumpfsteak denke, da geht mir das Herz auf und da lobe ich Gott dafür, weil es einfach herrlich ist. Vor allem, wenn es dann so wunderbar gegrillt ist. oder auch Freude über das Familienleben, über das Berufsleben. Freude mit denen, die sich freuen und weinen mit denen, die weinen. Erdenfreude. Christusfreude, das Evangelium, die frohe Botschaft von dem, was Jesus getan hat. Die Gnade, die Freude an Gott, die Furcht überwindet. Im Moment kommen mir ganz viele Lieder und da kommt mir das Lied was macht mir Angst. Ich weiß, wer mir vorangeht. Jesus. Und das Dritte ist die Himmelsfreude, die Perspektive Ewigkeit. Das Beste kommt noch. Gemeinschaft mit ihm in aller Ewigkeit, in der Vollkommenheit. Und im Lied Ewigkeit von der Outbreak Band wird es in einer ganz tollen Art und Weise diese Perspektive aufgezeigt. Mich berührt im Moment am meisten die Version von Open Doors. Wie ist deine Situation? Wo steckst du gerade drin? Wie geht es dir mit der Freude? Über was freust du dich? Hast du Grund zur Freude? Ich weiß nicht, wie deine Situation gerade ist. Ob du am Kämpfen bist mit dem Lockdown, mit den ständigen Änderungen, mit Einsamkeit, mit Homeschooling, mit den Kindern, die den ganzen Tag von morgens bis abends zu Hause keine Ruhe geben wollen und du keine Pause hast. Oder wie die Nachrichten auf deine allgemeine Stimmung auch drücken, auf dich wirken. Ich weiß, wie es mir geht, zumindest manchmal. Ich bin am Kämpfen und ich bin herausgefordert, bei all dem das Thema von heute nicht aus den Augen zu lassen, sondern an mich ranzulassen. es ist mein Wunsch, dass trotz den Umständen Freude bei mir sichtbar wird und ich echte Freude habe. Dabei merke ich aber auch, dass ich auch genaue Vorstellungen, Hoffnungen und Erwartungen habe. Ähnlich wie die Volksmenge. Ich freue mich riesig über manche Dinge, wie zum Beispiel das leckere Steak. Und es bereitet mir Freude. Ich freue mich, wenn dieser Wagen, der gelbe vorbeikommt mit der roten Schrift und mir ein Päckchen bringt. Aber diese Freude hat oft keinen langen Bestand. Ich freue mich auch über meine Familie, auch wenn sie mich immer wieder herausfordert. Aber was ist, wenn es nicht so läuft? Wenn Gedanken kommen wie, wenn endlich, vielleicht kennt ihr das, wenn endlich die Schule wieder aufmacht, wenn endlich der Kindergarten aufmacht, wenn endlich mein Sohn die Eingewöhnung im Kindergarten, wenn das möglich ist, dann freue ich mich. Was ist echte Freude? Ich glaube, Freude, die nicht von meiner Situation abhängig ist. Und deswegen das Zweite, woher kommt echte Freude? Und dabei kam mir immer wieder ein Lied in den Sinn, ein älteres Lied. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mir wurde das Thema Freude so wichtig, dass es auch um die Qualität meiner Freude geht. Keine flüchtige, oberflächliche Freude schafft sinnvoll Hilfe. Es muss eine Freude sein, die richtig verortet ist. Freude, die unsere Stärke ist, in aller Schwachheit und Not. Freude, die durchträgt. Freude, die mich in meinem Kummer, in meiner Not nicht alleine lässt. In Ehemir 8, Vers 10 heißt es, der Hintergrund dieses Liedes, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude am Herrn, das ist also das Geheimnis. Was ist das? Freude am Herrn und wie geht es? Ich glaube, es ist zunächst ein Zulassen von zielführenden Gedanken. Es ist ein Zu-Gott-Kommen. Und so schreibt der Psalmdichter Asaf in seinem Psalm, wo er hingeht, als alle Freude weg ist, in die Gegenwart Gottes. Und dann kann er sagen, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Und ich glaube, es ist ein Sich-Bewusst-Machen, wer dieser Herr ist. Er ist der Herr, dem nichts entgeht, der den Überblick behält, der mich sieht, der mich liebt und der mich erlöst. Freude kommt von Jesus, was er getan hat. Und ich will auf Jesus blicken, gerade in den nächsten Tagen in der Karwoche. und ich lade dich dazu ein, nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit, um diese Woche bewusst zu erleben. Mit all dem, was dicht drin ist, gehe diesen Weg mit Jesus nach. Was seine Erwartung war, das, was ihn erwartet, seinen Weg, der Weg des Messias. Er hat es für mich getan. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der eine Weg, der einzige Weg und sein Weg war kein leichter, keine irdische Freude, aber es war ein Weg, der nötig war. Er ist ihn gegangen mit dem Ziel der Erlösung, deiner und auch meiner Erlösung. Und der Preis war hoch, aber er ist bezahlt. Jesus, der König, er zieht ein. Das feiern wir heute. Ist er schon bei dir eingezogen? Ganz persönlich? Was danach geschah, ich reiße es nur kurz an, ihr dürft es vertiefen in dieser Woche. Jesus reinigt den Tempel, er sagt, mein Haus, es soll ein Haus der Begegnung, des Gebete sein, der Beziehung sein. Er warnt vor dem Gericht, er feiert das letzte Abendmahl, die Fußwaschung, dann kommt seine Abschiedsrede, die Ankündigung der Verleugnung von Petrus, der Gatten Gethsemane, das Gebet, lass diesen Kelch doch vorübergehen. Der Verrat, die Gefangennahme, die Verleugnung von Petrus, Jesus vor Pilatus, vor Herotes, vor Pilatus, das Todesurteil und schließlich der Tod am Kreuz, die Grablegung und dann, das feiern wir an Ostern, ich will es nicht vorwegnehmen, es waren nicht die Nägel, die ihm am Kreuz gehalten haben, es war Liebe, Liebe zu dir und damit das möglich ist, was ich niemals machen kann, nämlich Vergebung meiner Schuld. Er hat den Preis bezahlt für mich, verdient hätte ich den Tod, der Preis der Sünde ist der Tod, der ewige Tod, das Getrenntsein von ihm, aber er hat den Weg freigemacht. Er ist der Weg, der einzige Weg und ich kann mit ihm in Beziehung treten. Ich darf leben, welch Freude. Und deswegen das Dritte, echte Freude bei mir und jetzt. das kann helfen, mit meinem Kummer anders umzugehen. Wenn wir Jesus Gegenwart und die Freude an ihm selbst erfahren, dann werden wir unabhängiger von den Umständen. Freude, echte Freude, Freude, die selbst im Leid oder in den äußeren Umständen nicht getrübt wird. Ich kann es nicht machen, nicht bei dir und auch nicht bei mir. Aber ich kann den Weg aufzeigen. Es ist Jesus. Zeit mit ihm. Erlebe die nächsten Tage bewusst mit ihm. Der Weg ist Jesus. Schau dir den Film Passion an oder lies die Bibel. Verbringe Zeit mit ihm. Ich lade dich dazu ein. Ich kann in den Umständen oft nichts ändern. Wie gut, wenn meine Freude im Himmel verortet ist, in Christus, bei dem, der mir auch hier zur Seite steht. Ich will auf Jesus schauen und dann mit Paulus rufen, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Freude, die echt ist. Ich glaube, dass uns unser Weg ans Kreuz führt. Das, was Jesus getan hat, damit ich frei sein kann. Ich kann es nicht machen, aber ich kann ihn darum bitten, dass er zunimmt in meinem Leben. Der, der Liebe, der Leben gibt, der ist auch der Freudenschenker. Egal, wie die Umstände sind, ich muss abnehmen. Er aber muss zunehmen. Der Abnehmenspruch in der Bibel, es geht nicht ums Körpergewicht, sondern dass er zunimmt in meinem Leben. Soweit die Theorie. Zwei, drei Dinge, die mir im Moment helfen. Das eine, diese Woche wieder auf Christen in der Verfolgung zu schauen. Hey, mich begeistert es, wie fest ihr Glaube ist, wie sie sich freuen, für Christus zu leiden, wie sie das Leid ertragen. Das andere, ich mache es jeden Morgen und Abend. Ich höre mir ein Lied an und ich merke, wie mich das prägt. Mir kommen so viele Lieder in den Sinn. Lieder, die auf Jesus hinweisen. Und das dritte, komm zu Jesus. und ich übe es und ich lade dich dazu ein. Ich übe es zusammen mit anderen, zu Gott zu gehen, so meinen Tag zu starten, zu schauen, wer er ist, Kraft für meinen Alltag erbeten, meine heilige Stunde ermorgen, wo ich mich hinsetze, Bibel lese, ihn frage und für Leute bete. Abends, wo ich mich hinsetze und sage, wo ich gescheitert bin und darum bitte, dass er es ändert, an ihm dranbleiben. Er fordert uns dazu auf, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. In Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid ihr Leben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Freude am Herrn, sie kann gelingen, wenn wir uns bewusst machen, was er ist, wie er ist, was er tut, was er getan hat und es stärkt. Das durchdringt auch meinen Alltag und meine Säugen. Diese Freude ist wie so eine erneuernde Kraft und deswegen will ich dir heute das zusprechen. Egal wie deine Situation ist, Gott sieht dich, der Herr kennt dich, er kennt deinen Weg, deine konkrete Situation, alle Belastungen, deine Schwachheit, deine Unzulänglichkeit, auch dein Erfolg und deine Sünde. Er kennt dich besser, als dich sonst jemand kennen kann. Ja, sogar besser, als du dich kennst. Aus Jesaja 40, Vers 31. Aber die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben, die schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ein Wahnsinnszuspruch. Das ist nicht Kraft, die aus mir kommt, sondern von ihm. Und diese Kraft löst bei mir Freude aus. Freude, die echt ist. Wenn wir Gott vertrauen, dann kann es gelingen. Es mir vielleicht doch gelingen. Drei, zwei, eins. Ich hab's. Meine Freude, meine Stärke, meine Zuversicht und Hoffnung. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich jage dem nach. Amen. Ich möchte einen Moment der Stille geben und dann ein Gebet sprechen. Ein kurzes, ehrliches Gebet. Dazu dürft ihr euch dann nachher erheben. Im Anschluss an dieses kurze Gebet sprechen wir gemeinsam des Vaterunser. Ein Moment der Stille. Ich lade ein, sich zum Gebet zu erheben. Jesus, mir fällt es schwer, mich zu freuen. Zeig mir, wer du bist, was du für mich getan hast. Gib mir deine Freude, deine Zuversicht und deine Stärke. Echte Freude in meiner Situation. Gemeinsam beten wir die Worte, die er uns gelehrt hat. Vater und seinem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir wollen miteinander singen. Etwas in mir. Herzliche Einladung, stehen zu bleiben und mitzusingen. Etwas in mir. und mitzusingen. Und mitzusingen. Und mitzusingen. Untertitelung des ZDF, 2020